Warum arbeitest du bei der SET? Ich arbeite gerne bei der SET, weil mir auch in Teilzeit Verantwortung übertragen wird und weil ich so einfach wirklich was bewirken kann. Ich kriege mit Leitzeit und flexiblen Arbeitszeiten sowohl meine Familie als auch den Beruf wirklich gut unter einen Hut und ich kann arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich arbeite gerne bei der SET, weil wir haben einen absolut durchgeknallten Erfinderwillen. Dafür sind wir schon mehrfach ausgezeichnet und treiben Zukunftsthemen wie das autonome Fahren als ADAS-IT. Ich arbeite gerne bei der SET, weil der Teamzusammenhalt einfach stark ist. Da darf es auch gerne mal eine gemeinsame Wanderung oder das Feierabendbier sein. Oder zwei. Ich arbeite gerne bei der SET, weil ich Ideen einbringen und aktiv mitgestalten kann. Also ich kann mich kreativ richtig austoben. Ich habe richtig Lust, was zu bewegen. Und deswegen suchen wir dich.